und hallöchen hier zurück bei minecraft es ist nacht es ist nacht die bank die bank nacht bank nacht bank ja das ist eine kleine zusammenfassung von allen dingen die mir spontan in den sinnen kommen ja vielleicht sollte ich mich lieber schlafen legen aber nicht wenn das tor offen ist dann kann ich nicht schlafen auch im rl nicht wenn ich das tor offen lasse dann kann ich das nicht ja schön ist das wir haben uns mal hierhin obwohl ich das eigentlich auch schon vor der aufnahme hätte machen können aber da hätte ich mich bewegen müssen wenn ich mich schon hier wertvoll durch minecraft bewege dann muss es auch alles festgehalten und aufgenommen werden ja so auch zum beispiel am montag passiert ein live stream zu minecraft im basteln modus haben wir uns hier herumgezimmert und alles gemacht und getüttelt und dabei einen durchaus schicken naja so eine kleine bucht bebaut und da einen schönen leuchtturm hingezimmert der mir persönlich recht gut gefällt und war ein sehr lustiger stream muss ich auch sagen von nachher falls ihr nicht dabei wart dann habt ihr bestimmt etwas verpasst weil das müssen die leute sagen die da mit dabei waren ob das verpassenswert gewesen wäre so davon abgesehen wo habe ich den kies hingefahren hin getan hier achten habe ich ja hier ja toll haben wir den da jetzt so viel kohle brauche ich auch gar nicht hier hätte ich auch sonst nichts weiter drin hier ist alles voll da kann ich das eigentlich mal wieder auffüllen hier ich habe das also es ist eigentlich ja vollkommen egal wie voll das ding hier eigentlich ist aber ich habe das eigentlich ganz gerne wenn man hier quasi das als kohle lagerplatz benutzt weil naja braucht man da immer mal und die musik ist herz aller liebst habe ich wieder super mal ausgesucht vor allem voller ahnung was da alles auf mich zukommen wird nicht so ist egal dahinten ist ein creeper und der soll es nicht unbedingt daran stören hier zu arbeiten denn wir können einfach weghauen theoretisch stirb stirb so ja und zwar eine sache die man noch machen könnte ist dass man wir haben ja schon da hinten eine spawning etage dass man eine hier in dieser gegend noch macht denn wir haben zwar höhlen hier aber man könnte das zum beispiel unter dem bauernhaus hier vorne in dem bereich könnte man noch eine etage hin machen oder hier na woher drin wäre ein bisschen klein aber dass man hier noch überall verschiedene ebenen hat gerade wenn man hier auch zwischendurch mal am werkeln ist sowas in der art macht kann man da alles machen und dann hätte das bestimmt ein paar schöne sachen zu folge ich habe nichts zu essen wobei wir bestimmt noch was hier in dem haus haben da bin ich mir sogar ziemlich sicher und wir müssen auch mal angeln gehen weil wir haben ja guck mal kekse weil wir haben ja noch immer nur eine katze hier oder wie sich das oder katze katze hallo katze das ist eine tarnkatze bisschen tarnkatzenbomber ja toll bombt alles voll hier wenn man nicht aufpasst die keks sind immer noch genauso unnahhaft wie sonst auch warte mal habe ich ist die habe ich die ist die hacke kaputt welche hacke war denn da war das meine mit effizienz ist die wann habe ich die denn verloren warte mal oh die schöne hacke so was ich machen wollte ich wollte hier oben weiter basteln am kleinen eine kleine mühle und zwar mit türmereien haben wir jetzt im live stream ein bisschen herum getestet wie das funktioniert allerdings was da auch nicht so wirklich gut funktioniert hat waren dächer und das ist jetzt eigentlich das was hier ansteht fliegen kann ich leider nicht mehr das ist ein bisschen schade das macht es nämlich deutlich einfacher welche sachen hier zu erschaffen ich habe nicht mal gerüst erde dabei ich habe gar nichts dabei ich kann ich kann nicht mehr hoch wobei ich kann hier wahrscheinlich durch die tür erde die leckere gerüst erde das mit dem grün gefällt mir tatsächlich gut auch mit diesen ja mit diesen weißen beschlägen hier in mir gefällt es durchaus ich finde es grün passt sich da dann ganz gut in die gegend ein hier hat was bevor ich aber irgendwas machen kann habe ich echt rohstoffe hier das geht überhaupt nicht so das kann weg hier das mache ich doch schon was aber es ist halt wirklich minimalstes aller tätigungsmengen hier das ist auch noch falsch da muss wahrscheinlich ein komplettes stemmlein hin ich habe ich habe gar nichts ich habe keine größte erde ich gar nichts dabei haben wir hier noch was nein schade ja ich gekommen habe ich mir hier so zwei drei blöckchen erde weg das fällt bestimmt nicht auf wenn die fehlen passt schon und treppen habe ich da oben auch nicht man könnte überlegen ob man hier nicht statt dem eichenholz etwas anderes verwendet ist halt erst mal die frage jetzt wie das eigentlich aussieht hier sieht es okay aus ist das von der schrägheit von der geschichte her okay ich vermute ja mal schon im prinzip würde ich tatsächlich gerne so einen überflug über die gegend hier machen und dann schaut man uns das einfach mal so ein bisschen an allerdings wird das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger und das ist jetzt einigermaßen blöd die musik ist wirklich also freudig wie ein klauen zum frühstück sag ich mal also schön ich muss da mal wirklich eine ordentliche playlist zusammenstellen nicht dass ich da immer so blind wie jetzt immer irgendwelche zusammenstellungen da raus greife aus der datenbank und dann kommt sowas bei raus ich meine ist zwar auch ganz lustig aber nicht sehr kontrollierbar sagen wir es mal so da kann ein blöckchen drauf da auch wenn blöcke hat man ja also habe ich von gehört dass die in minecraft durchaus ja toll gut platzierbar sind machen wir es so ja das hier ist eine frage das hier da frage ich mich so ein bisschen das kann man so ein bisschen anrunden glaube ich noch oder wenn man das hier weg macht wenn man hätte auch die rückseite hier so ein bisschen höher ziehen können vielleicht in der mitte dann wäre es eine möglichkeit dass man hier auch einen höher geht ich meine am ende hier hinten muss eh noch was drauf da muss ja eh noch das dämlichste gerüst aller zeiten hier hinten fehlt ja noch dass da quasi auf der anderen seite von dem von dem flügel dass hier so eine art lenk lenkfläche ist dass das windrad immer zu der seite gedreht wird wurde in der wind auch effizient genutzt werden kann das heißt eigentlich müsste das ja alles drehbar sein ist allerdings nicht logischerweise und es fehlt an zeugs weil man hier hinten tatsächlich vielleicht ein kleines stückchen weil ich habe eine treppe hier ein kleines stückchen aus stein machen könnte vielleicht ich weiß nicht genau warum aber es kommt mir gerade so in den sinn so als kleine anekdote hier sage ich mal ja es sollte auch mal einst ein moba erscheinen sowie league of legends und sowas auch was allerdings wo 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 man nicht direkt kämpft sondern wo man sich geschichten erzählt und das hieß das sollte eigentlich heißen anekdota hat allerdings sich nicht durchgesetzt ich weiß nicht warum so haben wir das ich denke mal das geht sogar das sieht gar nicht so verkehrt aus ich denke mal das geht aber ich komme nicht drum herum mir erstmal was ordentliches zu essen zu holen weil von keksen allein kann man sich ernähren kann man sich nicht ernähren schon mal einen effekt der das spiel ziemlich unrealistisch macht will ich ja mal anmerken und baumaterialien fehlen auch müssen ich meine ich hätte mir da ein paar treppchen machen können ich meine wir haben da aber bestimmt noch haufenweise hier hinten gehe ich mal ganz stark von aus da müsste eigentlich noch ganz ganz viel zeug von vorhanden sein so und ich hoffe mal die monsterfall ist an dahinten der spawner ist nicht ausgeschaltet müsste man ja jetzt röcheln hören aber 13 sind jetzt auch nicht so viel ist echt wenig ich muss doch mal gucken hier auch wenn es scheint dass ich gerade so ein bisschen xp geil bin hier das liegt daran ich möchte mir bald gerne sachen verzaubern das ist schon halb kaputt das muss ich bald mal verzaubern hier also bevor es kaputt ist vielleicht mache ich das jetzt doch noch mal eben oder 23 level wenn man anscheinend unsere weil ich bin mir echt nicht sicher habe ich die spitzhacke da ist sie kaputt oder habe ich sie weggelegt was habe ich da gemacht ich habe die weggelegt sehr gut ja aber wahrscheinlich weil ich die noch später verzaubern wollte dann hatte ich glaube ich die eisenspitzhacke ganz vorne okay die kann ja ruhig kaputt gehen ist ja kein problem ich werde mal ganz nach oben gehen hier und mir die beine verzaubern also nicht meine eigenen sondern die der rüstung wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll weil ich meine klar sind nur 23 level aber da kriegen wir bestimmt auch was ordentliches besser als gar nichts so einmal hoch den alten weg hier es war vielleicht naja ich sage mal aus praktikabler sicht ist es ziemlich dämlich dass der tisch hier oben ist weil man hat immer eine ziemlich weite anreise aber ich sage mal man hat dann wenigstens auch einen grund mal wieder auf den berg zu gehen ist auch schön und vor allem sieht auch nett aus hier ich finde es mit dem quarts auch immer noch gut und wie das denn hier so und wie das alles erstaunlicherweise wirklich in diese kuppel reingepasst hat in diesen turm es ist eigentlich ein wunder weil ich habe das nicht so geplant 13 nicht ich hätte gerne 19 17 19 war gar nicht so verkehrt schutz 3 haltbarkeit 3 das oder bin ich froh ja da kann ich mit leben da kann ich sehr gut mit leben sehr sehr gut sogar das war knapp schön ich bin schutz ist super haltbarkeit ist super weil das spart uns diamanten auf lange sicht und beides auf stufe 3 ist jetzt auch schon nicht unbedingt verkehrt ach hier hat sich gerade das wasser ausgeschaltet sehr gut weil jetzt nacht ist da droppelt das wasser hier runter es hat sich wieder angemacht warum hat sich wieder ausgemacht ok ja und die sonne die scheint ja echt ganz cool durch also im prinzip darf ich da keine fenster keine türen rein basteln sonst sonst sieht man da nichts mehr durch das wäre auch ein bisschen ungünstig ich habe das habe ich dabei ich lege mich erstmal pennen hier bevor wir da was anderes machen irgendwie habe ich den eindruck wir haben noch gar nichts geschafft dabei läuft die folge schon fast 12 minuten aber ich glaube ähnlich verliefen diese die letzten 700 folgen auch über 700 folgen schon das sind über zwei jahre hätte ich ja nie gedacht dass das so lange läuft hier ich glaube haben aber auch andere leute nicht gedacht die das so lange zuvor gemacht hatten gefärbter leben gefärbter leben hier hätte ich auch noch gerne ja also wer denkt sich schon aus hey ich fange irgendwas an und in zwei jahren mache ich das immer noch vor allem in der gleichen welt in der gleichen umgebung nix damit irgendwie verschiedene staffeln oder sowas oder komplett andere gegenden mal voll bauen ich meine wir haben da hinten mal so einen kleinen ausflug gemacht da was neu gebaut aber sonst tja hat sich das doch alles sehr an grenzen gehalten dafür muss man sagen weil wir eben immer in dieser gegend hier waren hat sich auch in der gegend hier entsprechend viel getan was auch eine ziemlich coole sache ist es gibt halt viele kleine baustellen viele kleine sachen wo man dann hier was gemacht hat wo denn dinge entstanden sind und ich finde das echt ganz cool hm wie mache ich das jetzt hier mache ich das einfach so rund ja ne ich meine eigentlich so mühlendächer sind eigentlich wenn wir mal ehrlich sind höchst unspektakulär da ist irgendein funktionales rundes dach drauf und fertig wenn man glück hat wenn man pech hat ist da noch nicht immer ein dach drauf da müssen die leute wenn es regnet dann regenschirm hochhalten so die ecken hier ja das ist eigentlich ziemlich egal da kann man sonst so kann man fackeln eigentlich reinstellen oder dann ist da zumindest was so ähm und so einen richtigen mühlenkopf gibt es jetzt hier nicht wirklich also unsere ja ist halt die frage so richtig drehbar muss das ding eigentlich überhaupt nicht sein also eigentlich muss es das schon weil sonst wäre so eine mühle ziemlich uneffektiv aber ich habe hier jetzt kein kein gelenk quasi drin und hier oben das nur drauf zu haben ginge natürlich auch es geht natürlich auch dass man hier jetzt quasi sagt jo hier ist mal flach und darüber ist dann äh der rest wenn man es mal so macht hier damit es quasi als fundament hier so ein bisschen fest hier ist da habe ich genug von äh äh aua ja das ganze ding wird eigen und vielleicht artig also eigenartig aber nicht also nicht artig an sich das wird ne wo gehen wir da hin ähm dann mache ich fackeln fackeln ich weiß noch nicht wie ich die vorderseite hier machen soll da bin ich mal vollkommen overfrogged ich habe auch leider keine keine keinen gebrannten leben hier keinen gefärbten leben dabei von daher wird es ein bisschen schwierig wenn wir das hier oben also hoch machen würden einfach mal so ein kreuz quasi hier rein zimmern dass hier das hier quasi unser aufstützpunkt ist und hier oben drauf machen wir dann noch mal sowas ja sowas kleines hier ich weiß halt nicht wie das hier gerade mal ist in den kopf der mühle können wir dann natürlich nicht reinlatschen und wahrscheinlich wird es höchst seltsam aussehen jetzt was hier passiert ich bin mir jetzt ich baue gerade echt wirklich so vollkommen unüberlegt eigentlich aber vielleicht klappt es ja ähm und hier drinnen es wird halt tierisch hoch gerade muss ich ja mal sagen habe ich zumindest den eindruck und ich weiß nicht ob das wirklich so hoch sein sollte angenommen das wäre dann hier quasi die achse des bösen natürlich die darf gar nicht so weit vorstehen das kann ruhig hier direkt dicht dran schabern oder man macht es doch hier vorne hin das weiß ich noch nicht genau und hier äh macht man das so ein bisschen raus und das sieht bestimmt das sieht bestimmt furchtbar aus bin ich mir recht sicher ähm ja schön ist was anderes hm 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 so vielleicht hier hinten würde man dann mit äh vielleicht mit zäunen oder so quasi so eine art finne dann daran basteln ich weiß nicht wie das offiziell heißt so in richtig und so aber bestimmt nicht finne oder vielleicht sieht es ja doch gar nicht so schlimm aus vielleicht äh die chancen stehen allerdings gar nicht mal so schlecht dass es doch blöd aussieht so moment der wahrheit aua ich muss hier irgendwie runterkommen moment der wahrheit hallo wahrheit ich klopfe dich an hua oh äh das müsste nur nach hinten und vielleicht nicht ganz so knubbelig sein das ding müsste breiter sein da oben ne das darf ruhig eigentlich auch die komplette breite einnehmen sonst von der höhe geht das sogar das muss echt größer sein das sieht das sieht so niedlich aus vielleicht kann man den bereich so ein bisschen runterziehen weil die flügel eigentlich so lang sein also die 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 damit die lang sein dürfen also die müssen halt maximal bis hier unten hin reichen quasi an sich geht das tatsächlich es muss halt nur ein bisschen nach hinten gesetzt werden und ein bisschen breiter werden so den block nach hinten äh und sowieso vielleicht noch also das also das ist insgesamt ein bisschen größer es kippt halt jetzt sehr nach vorne ansonsten geht das ich denke auch mal da hinten mit den Zäunen das könnte so funktionieren und ich we Bis zum nächsten Mal.